hallo freunde und willkommen zu einem weiteren star wars battlefront 2 video mit mir am patty und zwar am 25 9 erwarten uns erwartet uns neuer content das system wird eingeführt es kommen neue klonskins und im oktober wurde general grievous angekündigt mit zwei skins dazu und ja da bin ich auch mal drauf gespannt da bin ich echt mal drauf gespannt wird bestimmt voll hammer und dazu gibt es auch ein trainer der wird dann mit general grievous zusammen rauskommen und es wird auch an den synchronen stimmen gearbeitet die sind schon dabei ran und ja also es erwartet und sehr viel wir zocken mal eine runde angriff hier und ja es gibt auch wahrscheinlich bald stop quatsch bei shock troppler also shock trooper weil ich war das letzte mal bei mediamarkt und ja da sage ich diesen shock trooper hält der drunter star wars battlefront 2 so hell die gibt es doch da noch gar nicht und ja wahrscheinlich so merchandise was auch wieder hinten liegt drauf sein soll dass die skins beim spiel kommen das wäre übelst weiß das wäre richtig weiß und ja die roadmap kennt da ja schon da habe ich ja auch schon video drüber gemacht ja wie gesagt es erwartet uns sehr viel jetzt über die monate verteilt so ein hund alter junge 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 wo sind die denn alle und schnapp ihn hier geschützt verdammt ein bisschen pushen nein ich bin abgestürzt ich mache einfach erstmal abflug und entschuldigt meine stimme so ein bisschen ich bin stark erkältet ich hoffe der mist geht auch bald wieder weg ich habe es verdient ich habe es verdient ich habe es verdient und ich habe es verdient und weiß Aktiviere strategische Feuer und Kabel. Anzahl der Kampfkollegu-Versperrung erreicht kritischen Wert. Sprengsätze bei Zielmeterscharf. Aktiviere Geschütze. Granate. Na komm, wo sind sie denn alle? Ja, Mann. Abgestaubt, Mann. Boah, zurück. Haha, umgebobst. Deaktiviert. Granate auf dem Weg. Verdammt. Verdammt. Egal, gut Points gesammelt. Nice. Und gewonnen. Ne, verloren die Runde. Dann die Weizen. Rundgingner. Anders. Egal. Alle Putz. Ne. Betraube. Nun sei. so was sind die denn verdammt streng setzte bei ziel einfach erreichen letzte phase Erstes Einsatztiel erreicht. Countdown bei Zielmeta. Oder werdet abgeschaltet. Push euch, Geist. Hä? Alter, was ein Hund, Mann. Hey, wo wollt ihr denn gehen? Was sollt ihr denn sein? Was sollt ihr denn sein? Nichts da. Nichts da. Sprengsätze bei WK haben volle Energie. Verdammt, Mann. Ah, gewonnen. Nice. Nice, nice, nice. Tone. B2 einheit aktiviert. B4 vorhause. Mockier, auch kontrothert. Nimm mich verarschen oder was? Ja, da war ich's. Ja, da war ich's. Verdammt, Alter. Oh, voll wenig, Mann. Ziel einfach wurde deaktiviert. Aktiviere strategische Steuerung, Kaiser. Ja. 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 Huren! So ein Pisser, Mann. ey Arschloch die Republikaner sind offen aus Schutz bereit. Drängsätze bei Zielwäfer initialisieren. Hund, Alter. Sieg oder werdet abgeschaltet. Äh, so ein Pisser. Hier da rumkämmt der Lappen. Der Hut habe ich vorhin auch gemacht, aber nicht so, Alter. Anzahl der Kampfkronikenversperrung erreicht. Rätisiviert. Äh. Feigen Arschlöcher. Ja, genau. Ja, am Arsch, Alter. Naja, egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren, um kein Content mehr zu verpassen. Wir sehen uns, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye. besuch. Auf Wiedersehen. Bye. Tja. Tja. Vielen Dank.